Der Hut steht dir, Mönker. Vor allem, wir sind am anderen Ende der Welt und ich sage, Bimo sagt dann auf einmal so, ja die gewinnt jetzt noch und ich will sie wieder ausrasten. Jetzt gehen? Jetzt gehen? Mose, ich gucke gerade das Video mit Mönker. Der nicht. Ja, manchmal sind die Fahne richtig behindert. Hi Geo. Moin Chris. Ich gucke gerade das Video. Ist geil, ne? Mönker so. Kim, ich meine ich will was sagen. Mönker so. Ja, also ich bin aus Lights gelaufen, hab Lights gefixt. Dann sage ich so, also du glaubst ich was. Ja. Richtig primed einfach. Richtig primed ey, aber zu primed hier. Richtig. Warte, Rosi. Hast du mich gekillt? Hallo. Ja. Was ist das Ding? Immerhin bist du ehrlich, das ist Besserman. Oh, okay. Oh, okay. Ich geh links hin. Ich geh nach links, ich geh nach links. Ja, guck mal. Auf hier Seite. Okay. Nö. Kann man sparen. Ach, nö, nicht Chris. Oh, dann brauchen wir nicht mehr wechseln. Egal. Aha. Bitte nicht Mad Bay. Nee. Ähm, linker Reaktor. Ich weiß, ich war mit Theo und Chris eben noch im Lab drin. Und bin dann erst später nach denen rausgegangen und dachte so, okay, auf der rechten. Die sind safe direkt auf die rechte Seite, weil sie nicht so sind, dass sie rüber laufen. Okay, ich laufe direkt rüber und dann liegt der Chris. Ja. Okay, ich kann drei Leute clearn. Ich kann Bucky clearn. Äh. Ich kann Bucky auch clearn. Ja, als wir in, als Lizzy reinkam, äh, eben als der Reaktor gecallt wurde, hast du gesagt, da war noch keine Leiche, oder? Ja, genau, da war noch niemand tot. Ja dann, also nicht Lizzy, nicht Bucky, nicht Beame und ich war auch dabei. Aber Rosi, du hast... Also, ich kann niemanden clearn. Ich war Oxygen. Bitte? Rosi, du hast aber schon gesehen, dass ich zum rechten Reaktor gegangen bin und äh... Nee, das hab ich nicht gesehen. Ich war ja noch im Lab drin. Habt ihr schon rechts raus, äh, links raus. Ich wollte in Specimen rein und da wart ihr schon weg. Ich glaub, ich hab dich auch singen hören, Rosi, als ich bei dem Stein war. Das war richtig stereo, so von rechts nach links. Und da wusste ich, wo du langläufst. Ich dachte erst, du bist an White Hills, aber... Nee, nee, nee. Von daher könnte es... ... ein Seven Quads sein. Wo sie gewesen sein? Ja. Aber es kann auch ein komplett random dude gewesen sein. Kann ein komplett random dude gewesen sein. Ich mein, wir haben auch noch Münka und Lizzy. Ja, das reicht mir viel, Münka. Aber Lizzy war's... Glaub ich ja wohl, wo ist der Kill nochmal gewesen? Flinker Reaktor, also eigentlich nur electrical, der war noch... Ja, ja, genau. Münka, wo warst du denn? Dann war's Lizzy nicht ziemlich sicher. Nee, Lizzy war ja bei uns. Münka? Weapons. Weapons. Weapons, okay. Irgendwo leise, kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Nee. Ich hab dich grad ein paar Mal nicht gehört, weil andere Fighter gesprochen haben, ja. Ich hab dich selbst gewählt, oder? Na klar, Freunde. Ich hab mich gewischt. Ich merke mir die Person, die... Komm mal mit. Irgendein Postal. Okay. Und Beamer hat wieder steile Thesen. Und Beamer hat wieder steile Thesen. Und untenrum durch Spassimen. Nee, nee, nee. Okay. Die Task ist Spassimen. Ach, ich... Ich hab zwei... Nee, ich... Hä? Komm, wir gehen zu dritt. Ich mach noch schon mal ein Download hier. Komm, wir gehen zu dritt. Äh, okay. Wenn du nicht einen von uns hilfst, wenn du nicht wieder denselben Trick hast, Theo. Das hab ich ja schon in einer Folge, das reicht. Wollt ihr oben rumgehen? Äh, ja. Ich geh dann nach ins Spassimen. Ach stimmt, sind wir jetzt im Fernsehen? Vielleicht, wenn noch was Interessantes passiert, die Runde. Okay, komm, Boki. Wir stellen uns auf den Medscan. Wir scan medikal. Boki? Lass mich noch Snayscannen. Jo. Okay. Waiting for Dr. Tetarski. Ja, brauchen Sie eine Untersuchung? Ja, Boki? Hallo? Eine Untersuchung? Ja, immer doch. Eine Untersuchung? Okay, ja. Los geht's. Oh nein, 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 nein. Ich bin unter euch. Ich bin unter euch, hallo. Ja, ich hab den Namen sogar gesehen. Ich hab all meine Tasks noch hier in Medbay und dann bin ich fertig. Ich geh nochmal ins Spassimen. Ich hab irgendwie... ... sechs Tasks hier. Wer sucht hier schon wieder Stress? Wo liegt er denn? Oh, sie. Entschuldigung. Sie, bitte. Smoky wie im Dropship. Im Dropship. Im Dropship. Im Dropship. Im Dropship. Im Dropship. Hat er Bimo gesehen? Das kann eigentlich nur Theo gewesen sein, der die da hochgelockt hat. Weil? Weil... 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 Weil du das noch fehlen musst. Ja. Äh... Um diese haltlose Behauptung mal zurückzuweisen. Äh... Buki und Tetaski waren die ganze Zeit mit mir unterwegs. Und dann hat Bimo gesehen, wie ich von Medbay aus in Spassimen gegangen bin. Ja, gut. Ich war die ganze Runde unter Surveillance. Das ist ein Argument. Ja, wir haben euch da auch zu dritt rumpimmeln sehen. Dann haben wir... Müngke und ich haben danach dann gesehen, dass eine Leiche auf Dingens war. Und die waren wir dann suchen. Aber haben sie nicht gefunden. Also Müngke hat sie dann jetzt offensichtlich gefunden. Welche Leiche habt ihr gesehen? Hm? Welche Leiche habt ihr auf Vitals gesehen? Äh... Auf Vitals... Nicht auf Vitals... Äh... Hinten am Medscan haben wir gesehen, dass... Also Mukri haben wir tot auf Vitals gesehen. Und hatten dann gesehen... Vorher eben, dass Buki, Theo und Tetaski zu dritt auf dem Medscan standen. Wissen wir was über Bimo? Wo ist der? Ne, also der... Der muss ganz kurz gestorben sein. Weil als wir auf Vitals geschaut haben, war nur Mukri tot. Warte, 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 warte. Theo hat gesagt, er ist mit Bimo in Spassimen, oder? Ja. Ich hab ihn... Äh, wir haben uns getrennt in den Upper Deacon. Er ist danach links weiter. Ja, Ma, kannst du's gewesen sein? Ne, ich war da mit Müngke Leiche suchen. Ok, dann tippe ich nochmal auf Rosi von letzter Runde. Ja. Also Rofi war jetzt lange links. Sie konnte zumindest nicht Bimo umgebracht haben. Sie könnten auch Lizzy und Rosi gewesen sein. Tetaski, was... was geht? Ja, für mich? Tetaski wird einfach jeden. Nein, ich hab nur Rosi gesasst und wir sind. Very hard. Also Buki und ich, wir haben Medscan. Wir können schon mal nicht sein. Tetaski, wie viele Spieler hast du jetzt gerade gesasst? Zwei! 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 Nein, zwei! Ich will jetzt Rosi. Krass. Schon wieder. Ja. Oh! Oh, noch eine rausgekommen. Das war knapp. Nicht sterben, Rosi. Wäre er auch gewotet. Wäre er auch gewotet. Ich hab gestimmt. Ich hab dich gewotet, Lizzy. Tetaski und... Ich will euch als nächstes. Willst du in Coms? Komm mit. Ich muss in Coms. Komm mit. Komm. Komm. Komms damit. Oh, Buki ist auch schon da. Ja, ich hab's ja. Ich hab einen Münker gehört und eine Rosi. Manchmal einfach länger dauert. Ja. Oh, ich muss nur mehr Benz. Guck, ob er tot ist. Was ist gut? 에ien. Da können wir alle... ...durch wegen der thus impact stehen. Alle kriegen, alle. Na, Rosi? Hast gerade allein deinen Scan gemacht? Ja, warum? Muss hier auch rein, bringst du mich jetzt hier um? Ja, komm her. Hi. Warte, jetzt putze ich auf, geht das auf. Jo? Ja. Jo? Okay, so. Oh! Hi! Hi. Weiring Task. So, ich bin fertig. Jetzt kannst du mich umbringen. Privatsphäre. Privatsphäre, Theo. Ich hab's falsch gesehen, das war ein Double-Kill in der Augen. Und Rosi kann's nicht gewesen sein. Oh. Hättet ihr eigentlich fünf Sekunden warten können, ich steck grad an Leitz. Ich bin auf Klo, oder? Rosi, wir waren bei dir in Madplay, da war noch jemand mit dir am Schluss. Theo. Genau. Theo, gut, dann müsstest es München und Charme sein. Lol, das ist die dümmste Behauptung, die ich jemals gehört hab. Chris ist doch tot, du brauchst ja nicht aufregen. Um kurz zu erklären, wie meine Sicht war, ich war im Admin-Table. Vier O2, zwei Madbay, ich geh zu Weiters, zwei Tod, Licht geht aus, ich geh zu Madbay, weil das ein Double-Kill sein muss. Weil nicht einfach zwei in Madbay sterben, während vier in O2 sind. Das geht von der Logistik richtig auf. Wo wart ihr, Münger und Yama? Vielleicht sind Rosi und Theo? Wo? Wir waren, äh, comms, haben Download gemacht. Münker kam dann zu mir und hat gesagt, dass du so sass in Weapons stehst. Dann bin ich gucken gegangen, ob Münker dich da umgebracht hat. Hat er aber nicht. Dann, äh, wurde Leitz gekoilt, dann bin ich hochgegangen und dann waren alle Türen immer vor meinem Weg zu. Und jetzt stehe ich vor diesem Scheißteil und war grad Leitz am flicken. Außer Theo, wollen wir zuerst die Alma zuerst Münker rauswoten. Münker, sonst regt er sich nachher wieder so auf. Das ist so ein Bullshit. Das ist so ein Bullshit. Dann lieber jetzt, als nachher dann die volle... Als Lizzie und Theo sind das halt auch mega, ne? Ja, aber das war ein Bullshit, Rosi. Ja, ihr habt jetzt verloren. Ihr habt jetzt verloren. Ihr habt verloren. Wie immer. Lizzie? Theo? Ja, ich bin hier. Ich bleib im Button. Habt ihr gekillt? Ich bin auch so dumm, ne? Ich merke nicht, dass Leitz aus ist. Das macht mich richtig akzeptabel, Alter. Im Postal ist das schwierig, Theo. Ja. So. Das wäre doch nicht... Ey! Das dauerte gefährlich lange. Bitte? Das dauerte gefährlich lange. Okay. Ich lebe noch. Ich lebe auch noch. Das ist jetzt schön. Theo lebt nicht. Oh! Theo ist gestorben. Oha! Rosi! Oha! Oha! Ich hab mal nicht mal gesehen, dass Theo tot ist. Wir waren gerade bei Leitz. Ich hab noch so aus Spaß gesagt. Lass mir noch ein bisschen mit den Lichtern spielen. Dann hat Jarma anscheinend gekillt. Ich hab nicht an dem Licht. Ich stand in der Tür, wie immer. Mhm. Okay. Lizzie, du hast als erstes gewählt. Hast du mich gewählt, oder hast du Rosi gewählt, oder hast du geskippt? Natürlich. Natürlich. Ich hab den Hering drunter, konnte Rosi nicht klingeln. Ich hab ihn vorher auch schon gesagt. Ich hab den Hering drüber. 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 Das ist voll unfair. Ja. Ja. Wir hätten nur noch einen Krill gebraucht. Hättet ihr die Comms gecallt, hätte ich es nicht gesehen. Ja, egal. Bis bald. Bis bald.